Jo Leute, ich grüße Sie zu Sea of Stars. Eben mal der, wie hieß er? Teaks, genau. Das Artefakt. Mal schauen, was er dazu erzählen kann. Oder das Buch. Neue Geschichte hier freigeschaltet, das war's. Dann würde ich sagen, wir kümmern uns erstmal um den Boss. Oder wahrscheinlich Boss. Haben ja schon ein paar Andeutungen gemacht. Windtunnel. Nicht hinunterspringen. Ok, ja dann. Denke ich, ist das Spiel jetzt zu Ende, weil ich soll hier nicht runter springen. Ich bin natürlich so dumm und hier runter. Hast du sie geboren oder was? Der Älteste? Das bin ich und wer seid ihr? Krieger der Sonnenwände? Wegen Malcom. Oh, wie wunderbar. Was kannst du uns über die Lage erzählen? Leider nicht viel. Ich wollte einfach nur dem Lernen der Panikern heute entkommen, als plötzlich alle jubelten, als würde ich das Problem lösen können. Jetzt sitze ich hier und ihm so viele andere in Angst. Keine Sorge, wir helfen dir. Das hoffe ich. Ihr seid vorsichtig. Oh, Windtunnel. Aber ich habe das Gefühl, das funktioniert nicht. Die erste, wo diese? Was ist hier? äh äh zu spät gesagt ähm bitte fähre ich mir mal doch Sachen na gut ich uah erst drauf ähm hier mit Magie bekämpft 30 ok nice auch er au ok aber sie sterben super schnell das gefällt mir schonmal mega 1 2 3 2 frei 3 3 3 3 4 4 4 4 5 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 6 5 5 6 5 5 6 5 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 6 6 6 6 9 10 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 5 6 6 5 6 6 8 5 5 6 6 6 7 8 9 5 5 5 6 7 7 8 8 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 11 11 12 12 10 12 12 12 13 14 15 15 15 15 15 16 Schatztor oder so. Propeller-Typen krieg ich bestimmt mit einem normalen und mit einem abgebesserten Ach gut denke ich. Aber... Wissen tue ich es noch nicht. Da müssen wir uns noch überraschen möchten. Uiuiui. Ein bisschen Angst habe ich ja schon. Ah, die sind noch nicht hier drauf. Also... Greifst ihn an mit... BAM! Greifst ihn an mit BAM! Du mein kleiner... Achso ich kann zwei. Nehmen wir nur einen. Nehmen... Nehmen... Hack auf dich! Ich hoffe ich hack... Nicht daneben! Nice. Ja, probieren wir es mal. Hm... Wow... Keinen Angrund für... Kack, kack, kack. Fallen da werden sollen. Okay... Boah... Ähm... Du haust normal. Du brauchst... Okay... Du haust ihn tot. Was? Du gibst ihn mal weg gegen das Fressbrett. Was macht er? Ein bisschen Preis. Ah, jetzt kann ich halt die Puppe locken. Ähm... Heilen... Was? Er macht das jetzt die ganze Zeit. Ja... Noch ein bisschen mehr... Bombo... Achso ich habe das jetzt. Ja... Probieren wir das mal, oder? Sind wir ja noch nicht. Halt... Eins... Zwei... Vier... Fall frei! Ja... Geht 200, gibt er... Ah... Ich hab... Okay... Wo komm ich ra... Wo komm ich raus? Ja, in der Mitte, oder? oh ihr habt energie was heißt ich kann jetzt ich kann jetzt wahrscheinlich noch weiter nach unten dann tun wir uns mal ausruhen wenn ich meine stimme ölen nein es läuft gar nicht mal so schnell wie gesagt das muss ich bestimmt später machen jetzt bin ich hier im arsch weil keine hilfe mehr da komme ich wieder raus das ding kommt runter gefahren muss ich jetzt aufschieben hier ist wieder so ein scheiß käfer die sind hier angegriffen das ist ein scheiß käfer ich bin ein scheiß käfer und du mein kleiner haus wo bin ich denn da im im ins gesicht ja ich hab keine ahnung komm bitte oh meinst du das ist so ein scheiß käfer 1, 2, 3 Jawoll Ich versuche mal so einen Angriff 28, was hat er noch? Was? So habe ich irgendwie... Oh, da ist was! Eine Regenbogenschnecke Okay Erstmal rüber Eventuell Da oben weiter Mal schauen Okay Runter gefallen, es gibt einen Weg zurück Oh, das kotzt mich jetzt schon mal Ja Oh Das muss ich jetzt schieben Oder irgendwann mal Oder irgendwann mal Ja Ja Wann, wann mal das Kriegen Darüber Was ist das? Was ist das? Was ist das? Eis oder so? Wiesenlager Wiesenlager Geil Da freue ich mich Ähm, ja, wird aber es gut Gut, hier komme ich nach unten nicht weiter Kann ich nicht schreiben Also muss ich Woh, was? Eine große Drohung Mistral-Arme Drücke X, um Winschlüsse frei zu sein Oh Oh, hier Eck Hier Eck Ah Nicht die Oh Oh Das ist ein Gegner Oh Du Scheiße Was soll ich das denn hinkriegen? Okay, mit ihm Nice Jetzt mit ihr Irgendwie Kombo hinkriegen Oh, nice Was hat er denn? Okay, es ist ein Boss Gehe ich nicht Äh, ich hebe mal auf Mit ihr auch Pflege der Hersteller Kombo Ins Broterei Ins Gesicht Wer macht denn was? Locken, locken, locken Ich hab's einfach gespampt, hat man wahrscheinlich gesehen Ähm Ähm Ich sammel mal noch Ein Mädel ist dran Gut Ja Gibt Gibt's mal so, blablababababababab Hihihi Ähm Ja die Kombo dauert halt noch Achso er ist der einzige der noch kann die Runde. Ja dann mache ich jetzt meinen... Ne. Äh zack. Gehe ich jetzt mit dem 3er rein. Lieg und Sieg! Nice. Oh! Ok er holt ab. Oh ok. Oh das heißt ich kann mich vielleicht nochmal heilen oder? Da ist ja noch weg weg. Kann ich ja nie. Oh lol. Oh lol. Oh lol. Das habe ich jetzt hier runter geschaut. Ah ich komme nie zurück mit dir. Ähm. Du musst da im Kreis da hinkicken. Hier hinkicken. Einmal im Kreis ne. Ich brauche wahrscheinlich noch ein leichteres Rätsel. Was passiert. Ah da verbunden ist. Eine Plattform ja. Ah jetzt bin ich hier. Ah ok bin ich am Anfang. Gab es da hinten jetzt noch was? Ja. Boah. Flüssel zur Mine. Bin zum Ball. nochmal.. Ne hier war ja nur.. Ne war ja nur die.. War das Ding. Lagerfeuer richtig. Vielleicht hätte ich rausgehen müssen. Na gut. Dann machen wir das mit. Erholt ja nie lange. Na gut. Dann machen wir das hier. Hup. Dann geh mal raus. Na sch... Pass aus, dass ich jetzt noch leicht hin kann. So, jetzt fängt das Rätselrad an. Fakt. Da gibt's Bären. Jetzt auch noch etwas Zeugs. Aber jede Menge Loot. Das hole ich mir natürlich. Ich komm ihn hier zurück. Hey. Hm. Muss ich hier lang. Na gut. Das muss man kennen. Ding, ding, ding. Ding, ding, ding. Und das Gesicht. Und sich. Ja. Ey, du musstest halt dreimal hintereinander. Da komm, ich mach mit anderen dann. Dann sind die Fritsch mal tot. Ja. Boah. Das ist ja super schnell gestiegen. Ja, ganz schön. Oh, eine neue Stufe. Ist ja ganz schön vertastet. Okay. Ähm. Ja, Magie angriff. Ja. Ja. Grüße. Nee. Manapunk. Kannst dich mir mal irgendwie angucken. Manapunk. Ja, Angriff erstmal. Bei ihm auch Angriff. Außer Verteidigung. Ne, wir nehmen den. Nice. Jetzt bestraft das Spiel noch nie so. Ich werde. Noch nie so super hart. Ah, ein Bernstein. Uh, ups. Das haben wir mal. Bowl. Okay, hier ist eine große Eingang. Große Eingang ist immer. schlecht. Oh, nein. Okay. Mit ihm auf den hacken. Eine gute Idee. Sichelbogen. Äh, äh. Mit ihm auf ihn, damit er sich nicht dupliziert. Ja. Das war, glaub ich, besser. Hier. Klocken. Macht er für eine Scheiße dieselbe. Einundzwanzig. Ah. Wir machen es so. Ja. Das ist gut. Ich geh mal zu kurzem gelocken. Ich weiß sie selber. Ich weiß sie selber. Äh, die müssen wir mal zerhacken. Damit hier schieben wir mal einen Feuerball ins Gesicht. Eins, Zwei, Drei, Vier... Ähm... 144... Hätte wahrscheinlich den anderen Typen anglaufen sollen. Das krieg ich, glaube ich, ganz gut. Ja. Oh, ich bin gleich tot. Nein. Krieg ich ihn? Wenn ich Glück habe, krieg ich ihn. Nice. Oh, ich wäre gleich K.O. gegangen. Hier, unglaubliche Mehl. Okay, ich hoffe, ich komme... Okay, Fleisch. Aber hier gibt es ja kein Lagerfeuer. Wow. Wie komme ich jetzt zu einem fucking Lagerfeuer? Also... War ja da unten, ne? Das muss noch aufgehen. Auf diesem Wirt ist eine kleine Winde... vielleicht... Okay. Wenn er dann einfacher ist. Und jetzt eine Platte. Ja... Ja... Ich brauche ein Lagerfeuer, ansonsten gehe ich jetzt... recht. Mal langsam. Und ich bin da tot. Aber ich gehe jetzt noch mit dem langen Weg... Es tut mir leid, ich muss zum... Äh... Zum Lagerfeuer. Ich meine, ich bin noch ein bisschen geizig meine... Konsumelbiss zu benutzen. Das ist mir egal, weil hier haben wir ja auch noch... Wohin komme ich jetzt noch mal zum Lagerfeuer, weil... Ah ne, hier sind ja keine Gegner, ne? Ja, das musste gehen, ja. Glücker. Auf jeden Fall komme ich zurück. Mit dem... dem, was ich gerade verschoben habe. Uiuiuiuiui. Damn you well. Nice, nice, nice. 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 Genau, jetzt komme ich zurück. Die Rollen. Ähm... Wundschwaber? Muss ich halt, muss halt hinten dran. Hm. Kann mal reingehen, ohne... ...artig abzuhaben. Ein bisschen Spannung ab. Ja, hier sind wir auch Pilze. Da gibt es einen Picknick abzu. Hier gibt es auch tonnenweise Pilze. Ähm... Ähm... Es gibt viel. Trotzdem 17er, wenn ich... Alter. Das ist so heftig. Ja. Danke. Äh... Am besten ihn, weil... Er greift ja wahrscheinlich auch an in der nächsten Runde. Da musst du jetzt dran glauben. Warte. Nice. So, der macht jetzt seinen scheiß Stalagnitendreck. 1, 2, nice. Dimm, 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 dimm. 1,80. Keine Bildsuche, ja. Du kannst... Mein Inventar ist... ...limitiert. Ja, mit 20 LPs auch nichts. Ja, mit 20 auch nichts. Oh nein. Oh nein. Nicht 4 Gegner. Nicht 4 Gegner. Mir bitte... Mir bitte entschlacken. Auf ihn. Oh, ich muss das irgendwie probieren. Ich drück mir die da um. Oh, ich bin zufrieden. Mein Gott. 1, 2. Zufrieden. Ich muss erstmal ihn töten, der ist nervig wie Sau. Macht er seinen scheiß... Oh, wow. Ähh... Ja, ich brauche MP. Gut. Ich brauche ihm halt wirklich ans Gesicht. Ich auch. Zauber da wird so ein Bereich. Nice. Äh ja. Ein paar Nähren. Ich mach mal dieselbe. Ich hab wieder ein bisschen was gespart. Gut, hier ist... ...meinen... Ich gucke mich mal ein bisschen an. Ach, noch mal. So, genau jetzt kommen wir hier raus. Jetzt geht das auch. Und was? Noch so ein. Ja, ja. Aber was kann ich mit dem jetzt hier ausnehmen? Leid. Okay. Ich will doch nie nach oben, oder? Ich meine, zum Ausruhen ist das natürlich geil. Mal schauen, ob ich irgendwie Sandwiches und so verkaufen kann. Ach, hier geht's weiter. Ah, ja, ja. Da war ja was. Also, wenn ich ihn hier hinschieße, geht er da hin. Ja, ja. Ja, ich muss das einmal in der... ...Kurzeiger sind. Weil der andere stößt ja dann an. Ja. Somit geht das runter. Gut, dann... ...dich hier schieben. Wenn... ...ja, das muss ich ja so machen. Okay. Gehe da hin. Gehe da hin. Dann rüber. Richtig? Nein, geht nicht. Hm... ... geht nicht. Ne, ich hab wieder hier. Na, noch. Und? Rüberschiebte. Erlang. Jäger. 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 Ja. Ja... Rüberschiebte. Jäger. Tag, Tag, Tag und... Gut bin ich voll. Achso, ich muss hier hoch. Hier das Türchen geht auf. Ihr seid hier eingedrungen. Bist du mal kommentiert? Ne. Doch, achso. Wieso habt ihr mein Tier wehgetan? Das ist ungerecht. Ruki kann nicht wissen, dass ihr nur zum Spielen wollt, wenn ich nicht bei ihr bin. Hey, tut mir leid. Hier und du siehst die ganze Stadt. Nur zum Spielen, aber niemand ist stark genug. Niemand versteht mich. Hast du niemanden von deinen Kräften erzählt? Magie ist kein Spielzeug. Malcomat. Seid ihr hier um mich zu tadeln? Nein, 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 nein. Ruki wird. Ich krieg doch beide nie. Und ihn krieg ich ja auch. Gut. Andere müssen wir mit einem anderen Kombo machen. Ich hoffe, damit da was passiert. Puh! 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 Sieben und... Puh! 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 Ich gehe davon aus, dass er so ein bisschen magie-immun ist. Ich meine, er kriegt ganz gut auf die Fresse. Das macht schon wieder den Weg. Wir liegen jetzt eine. Ich muss noch eine Mädel. Oh, wow! Wow, jetzt kommt so ein Ding. Soll ich heilen, meine Alte? Ah, wird verhindern, kann ich sehen. Passiert aber schon. Geoatmen. Puff! 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 Nochmal! Ne, ok. Puff! 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 Da hab ich ja gar nicht drauf geachtet, dass ich die Combo habe. Das war ganz nice. Ich könnte auf die Combo warten, dass ich mit den beiden mal dann... ...eine mache. Okay, da ist gewollockt. Hm... Trotz sind es nicht viel. Über zwei. Ja, einen nochmal. Ja, macht sie. Dann kann ich mit dem... Ja, mit ihm mal... ...und dreierdings ins Gesicht hauen. Ich würde den Feuerballern gleich mal schicken. Aber meine MP ist ja schon wieder voll. Was? Bomben. Ah, genau. Ich kann eine Combo machen. Probieren wir doch mal hier den Sonnenregen. Eins, zwei, drei, vier. Vier. Und da drei. Bitte nur. Und nochmal? Lass ich mal liegen für das Mädchen. Ich krieg das nicht hin in zwei Runden. Ich krieg zwei Schwerter rein. Aber... Moment. Ja, das ist ja... Moment, ich hab doch... Ich hab die Combo... Ich hab keine Combo. Ich hab die Combo. Ich hab die Combo. Ich hab die Combo. Muss ich ihn so besiegen. Guck mal. Oh, nacht Ich glaube da hätte ich mich jetzt flattgemacht. Ihr seid sehr stark. Und euch hat... Hat man mit euch auch geschimpft, als ihr noch keiner wart? Habt ihr deshalb euer Dorf verlassen? Hör mal Makmonot, du wurdest mit besonderen Kräften geboren... eh, du wurdest mit besonderen Kräften geboren. Es ist eine Schande, dass dich niemand dabei unterstützt hat. Unterstützt? Alle machen sich lustig, weil ich anders bin. Malcomod kann ich graben sein. Hast du das? Was wird das denn? Es ist so langweilig, ich kann es nicht wie alle anderen. Alle mögen es. Alles ist nur etwas anders für die anderen. Versuche ich es, sagen sie Malcomod ist nicht gut. Hebe ich auf, dann sagen sie Paula Malcomod. Versuche es, aber ich verstehe nicht. Also baut dich ein fort, um es ihnen zu zeigen. Hoch. Ist schon okay, du musst nicht so sein wie alle anderen. Karl hat recht. Normal sein ist nicht dein Ding, dann mach es was anderes. Hä? Du verstehst dich gut in Erdmagie, nicht wahr? Ja, ich liebe Erdmagie mit Erd und Felsen. Aber alle sagen, ich soll es lassen. Ich verstehe es nur noch nicht. Ich bin sicher, du könntest ihnen helfen, wenn du wolltest. Willst du nicht versuchen, Gutes zu tun? Sie werden mich nur auslachen, weil ich recht brauche. Nein, sie müssen bloß sehen, was du tatsächlich kannst. Ich will es nicht zeigen. Und gut, Kumpel, nimm die Zeit. Kann ich hier fortbleiben? Nun, es ist deins, oder? Stimmt's, Leute? Gut. Jo, außer müsst ihr es sich vielleicht holen. Frag euch. Nun, tust du uns vielleicht einen Gefallen, keine Monster mehr zu erschaffen? Ruki ist kein Monster. Natürlich nicht. Seht sie euch an. Du, ein Mädel, okay. Ihr versteht mich. Okay, vielleicht will ich Gutes tun, wenn meine Magie benötigt wird. Bis zum ersten Mal bleibe ich mit Ruki hier. Danke, ich mag euch. Alles Gute. Nicht schlecht. Klar, manchmal braucht man nur eine positive Einstellung. Seht uns an, bringen wir, äh, bringen einer Kleinstadt in Frieden. Sind allerdings einem, äh, einem Schiff, kein Schritt mehr. Wenn es da immer so. Sehen wir nach, ja, okay. Ich wollte mal zurück. Da vielleicht was lag. Trink ich mal. Oh, die sind wir alle hier. Auch keiner weggegangen. Die Uhr tickt. Laufen die Vorbereitungen gut? Zu Sonnenfenstern sind wir bereit. Bereit und gespannt. Ich fürchte, die Adjutantinnen könnten zögern. Wir sollten uns Gewissheit verschaffen. Ihr selbst. Frei sorgt dafür, dass in meiner Abwiesnheit alles glatt ist. Okay. Was sind Posten? Jawohl. Äh, oh, Krieger der Sonnenwelle sind zu blöd. Ähm, ist die Wirdrung gebannen? Harkomod willigt ein Gewinn, um ihn freizuhalten. Wir sind sicher. Hurra! Könnte ich was machen, ey. Du hättest deine Rolle in der Sache erwähnen sollen. Ich? Verzeihung, Taffere Mönchen. Es fällt uns schwer, seine Tante richtig zu bewürdigen. Hm, ihr solltet einem sogar vorwärts. Wenn ihr erst sowas möchtet, sind wir vielleicht nicht, um euch zu retten. Verstanden ihr habt unser Wort anzunehmen? Na, Geld. Wir suchen nach ein paar Abenteuren, die uns dabei helfen können, zu einer anderen Insel zu segeln. Oh, in diesem Falle solltet ihr erst im Hafen von Briss. Ihr könnt den großen Aufzug im Süden gern benutzen. Ihr habt sicher auch kein Papier gehört. Ein Hafen statt, äh, finden wir bestimmt ein Schiff. Man trifft auch die Unterschieds, das ist ein Neude. Ich bin mir bestimmt sicher, wonach wir suchen. Oh ja, vielleicht die Gnisse, ah, saufi, saufi, ja. Äh, bin ich wieder, so. Aber Wasser gibt es immer noch nie. Oh, hier schon geht's, quatsch. Aber toll für dich. Nee. Ah, okay, ich hatte schon mal irgendwo. Ach, ein Punkt, das hatte ich schon mal irgendwo. Ah, jetzt kann ich das Ding an. Scheiß. Ah, ja, ja, ja. Jetzt wird er nass. Ah, Wasser, gut. Ah. Ich hätte jetzt gedacht, dass er vielleicht nass gespritzt wird. Ach, die freut sich. Ey, ihr habt es geschafft. Danke. So, jetzt war hier, ähm, Regenbund. So, jetzt war hier irgendwas. Vielleicht kann ich mit jedem. Oh, pass mal. Man kann es, ah, man. Nur hier war es Atelier. Oh, jetzt kann ich doch noch mal ganz zurückgehen. Da kann ich ja. Irgendwas. Und irgendwas. Kann ich da runter nochmal? Mal hin. Achso was ist mit dir? Hast du noch was zu tragen? Achso hier sind Pilze noch gewachsen, jawoll. Genau dann wollte ich ja mal gucken ob ich die Sandwiches verkaufen kann. Wollen wir nochmal einquatschen hier? Vielleicht schlafen wir hier. Wo war denn der Shop? Ja. Verkaufen. Ja gibt ja nicht viel ne? Gut. Ach 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 da oben steht 6 von 10 ok. Aber die 20 bringen ja gar nichts mehr. Da kann ich noch Ausrüstung was verkaufen. Aber das kann ich noch behalten weil... Noch brauche ich jetzt nicht äh das Geld. Ach hier ist das wahrscheinlich. Aber wir gehen mal zurück. Weil hier gab es ja noch Sachen. Wenn ich mich jetzt richtig erinnere. Hier auf der linken Seite irgendwo. Dass ich mich irgendwie durchsten liegen kann. Wo Leveln ist ja auch nie verkehrt. Aber hier nichts besonderes. Das habe ich gelöst. Genau. Hier hüpfen 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 hüpfen. Genau nach unten waren ja nur Fisch. Nichts. Nichts. Nichts ist schlecht. Ähm. Guck. Was war hier? Da war die Höhle. Aber die war jetzt nicht super wichtig. Eigentlich ne? Was war denn? Ich sag im Moment nicht. Kann ich das hier abkürzen? Ja nice. Okay, ähm. 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 Äh. Oh, da wächst was. Aber das interessiert dir jetzt zu viel. Hier lasst mich. Ah ja, genau, 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 jetzt müssen wir mal schauen, an welcher Seite man das jetzt schubsen muss, achso, das muss gerade hin, gucken was, ah ok, ja runter, gab es hier hinten noch mehr, ich weiß es gerade nicht, bin ich wund, hier, bin ich raus, nach oben, ja ok, hier war was, kann ich, dass ich da oben hinkomme, oh Gemüse ist immer nice, wenn ich eigentlich gebe, dann Gemüse in, ich will endlich sammeln, zack, 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 bei hier, wenn ich, dass ich, ja, ok, gut, das hätte ich mir denken können, weil es so viel Anlauf, was, ah, wie geht's noch was, Paprika, Paprika war gut, und hier war was, hab ich aber noch wahrscheinlich, ich erinnere mich, ich erinnere mich, ein bisschen, was hier war, aber es ist wahrscheinlich alles eh verblasst, hm, keine Ahnung, wie weit ich zurück muss, ob ich hier noch was finde, das vielleicht interessant sein könnte, aber ich glaube, das war's, hier war nichts mehr, ja gut, dann würde ich sagen, ich beende mal die Folge, dann sehen wir uns unten in der Stadt wieder, und falls ich jetzt auf dem Rückweg noch was entdecken sollte, dann schneide ich das nur mal hinten rein, ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, macht's gut. Tschüss. Tschüss. Tschüss.